Erland Der ursprünglich aus Asien stammende Erland G. Absatz zeichnete Heer in jedem Bauerngarten. Heute ist er jedoch nur noch in den Bauerngten im Gebirge verbreitet und ansonsten weitgehend in Vergessenheit geraten. Dabei ist er eine vielseitige Heilpflanze. In Tringen wird er noch im großen Stil angebaut. Hauptanwendungen Husten, Asthma, Heilwirkung Auswurf absatzzeichendend, antibakteriell, antimikotisch, antiseptisch, blutreinigend, entzündungshemmend, galletreibend, harntreibend, hustendempfend, kalminativ, krampfelabsatzzeichendend, lebeanringend, menstruationsregend, schleimelabsatzzeichendend, schweitreibend, stoffwechselanregend, verdauungsabsatzzeichendend, wurmtreibend, anwendungsbereiche. Angina Lungenleiden 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 Pflanzenfamilie Halwurz Halwurz Hälenkraut Hälenkraut Hexenschusskraut Hälenkraut 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 Verwendete Pflanzenteile Wurzel Beälter Inhaltsstoffe Inulin, Triches L, Allensure, Kampfer, Alland Kampfer, Hellenin, Sesquitapenlactone, Allandolacton, Harze, Azulen, Pectin, Wachs, Bitterstoff, Triterpene, Polyacetylene, Stohle, Betasidstol. Sammelzeit MRZ bis Mitte April, September bis November Alland Alland kann man wahlweise als Tee, Zinktur, K-A-Uter-Wein oder Salbe anwenden. In der heutigen K-A-Uter-Heilkunde spielt der Alland jedoch eine eher geringe Rolle. Die H-F-X der Art, Alland anzuwenden ist der Tee. Tee F.A. einen Alland-Teeberg gibt man einen Tee-Absatzzeichen für Alland-Wurzel mit einer Tasse kochendem Wasser und der S-S-Tee in 10 Minuten ziehen. Anschließend abzeihen und den Alland-Tee in kleinen Schlucken trinken. Von diesem Tee trinkt man ein bis drei Tassen täglich. Wie bei allen stark wirksamen Alland-Utern sollte man nach sechs Wochen Daueranwendung eine Pause einlegen und vorbegehend einen anderen Tee mit ländlicher Wirkung trinken. Anschließend kann man wieder sechs Wochen lang Alland-Tee trinken. Durch die Pause werden eventuelle unerwünschte Langzeitwirkungen verhindert und die erwünschte Alland-Wirksamkeit bleibt erhalten und der S-S-Tee nicht durch Gewe-Absatzzeichenung nach. Tee-Mischung gegen Husten Alland eignet sich auch gut als Bestandteil von Misch-Dees, beispielsweise als Husten-Tee. Hier eine Beispiel-Themischung gegen Husten oder Bronchitis. 40 G R Alland-Wurzeln 20 G R Spitzwegerich B Älter 20 G R Holzwurzeln 20 G R Lungenkraut Tinktur Um eine Alland-Tinktur selbst herzustellen, bergiert man Alland-Wurzeln in einem Schraubdeckel-Glas mit Doppelkorn oder Weingeist, bis alle Pflanzenteile bedeckt sind, und der S-S-Tee die Mischung verschlossener von 1 bis 6 Wochen ziehen. Dann abzeihen und in eine dunkle Flasche abfällen. Von dieser Tinktur nimmt man ein bis dreimal täglich 10-50 Tropfen ein. Wenn einem die Tinktur zu konzentriert ist, kann man sie mit Wasser fütten. Alland-Wein Alland-Wein wurde im Mittelalter als Allheilmittel verwendet. Um einen Alland-Wein herzustellen, bergiert man Alland-Wurzeln in einem grünen Schraubdeckel-Glas mit Weihwein, bis alle Pflanzenteile mehr als bedeckt sind, und der S-S-Tee die Mischung verschlossener von 1 bis 6 Wochen ziehen. Man braucht etwa 50 Gier Wurzeln für einen Liter Wein. Dann abzeihen und in eine dunkle Flasche abfällen. Von diesem Alland-Wein trinkt man täglich ein bis drei Schnapsklschen voll. Wurzelkauen Schon Plinus Deltera empfahl im Altertum das Kauen der Alland-Wurzel. Diese Anwendung soll Die Verdauung anregen Die Stimmung verbessern Den Geschmack sind verfeinern Die Volksheilkunde empfiehlt auch heute noch das Kauen der Alland-Wurzeln, besonders vor den Mahlzeiten, um den Appetit anzuregen. Am besten kaut man die geräunigten frischen Wurzeln, denn an ihnen sind die Wirkstoffe noch besonders reichlich vorhanden. Alland Salbe Traditionell wird eine Allandsalbe aus frischen Alland-Wurzeln und mit Schweineschmalz hergestellt. Dazu werden die geräunigten, frischen Alland-Wurzeln fein geschnitten, gekocht und dabei zerstören bis ein Brei entsteht. Dieser Brei wird mit Schweineschmalz vermischt und anschließend durch ein Tuch geseit. Dann erfällt man die Salbe in einen Tegel und die Asystese abklen. Alternativ K-Absatzzeichen Da man den frischen, gekochten Pflanzenbrei auch mit einer Bienenwachsselsalbe vermischen, wenn man kein Schweineschmalz verwenden will. Wer nur getrocknete Alland-Wurzeln hat, kann eine Tinktur und einen Lauszug damit herstellen und eine Lanolin-Creme damit herstellen. Allandsalbe kann man verwenden, um Ekzeme oder andere Hauterkrankungen damit einzureiben. Oder man macht einen Salbenumschlag, indem man die Salbe dick auf die erkrankte Haut streicht und ein STCK-Stoff zum Schutzdab erlegt und fixiert. Waschungen F-Erwaschungen bei Hauterkrankungen, wie beispielsweise Ekzeme, Geschwur oder Pickel, bereitet man eine Abkochung aus den Alland-Wurzeln. Dann WSCH-Themen an die betroffenen Hautstellen damit mehrmals täglich. Umschlg Intensiver ist die Anwendung als Umschlag. Auch hierzu wird eine Alland-Abkochung zubereitet. Ein STCK-Baumwollstoff wird in den Alland-Tee eingetaucht und ausgedockt, damit es nicht mehr tropft. Dann wird es auf die zu behandelnde Hautstelle gelegt und mit einem Wolltuch oder Plastikfolien fixiert. Der Umschlag sollte eine Stunde bis B-Nacht einwirken, bevor er entfernt wird. B-Älter auflegen In der Volksheilkunde werden im Sommer die frischen B-Älter auf Wunden oder chronische Hautentzündungen gelegt und fixiert. Die Entzündungen sollen dadurch eingedemmt- und die Wundheilung-Gef-Absatz zeichnet werden. R-Uhrermittel R-Uhrern mit Alland soll die Zimmerluft verbessern. Aufgrund der Wirkung des Allands ist es denkbar, dass die Raumluft durch das Eruchern leicht desinfiziert wird und die Atemwege etwas freier werden. Die Wurzelstücke wurden auf die Glut der offenen Kamine gelegt. Heutzutage kann man zerkleinerte Alland-Wurzeln auf spezielle Erucherglykolen legen, um mit Allands zu eruchern. R-B-Mittel Mit Alland-Wurzel wurde hier Blau-Gef-RBT. Dazu wird Alland-Wurzel in Urin gebeizt und zusammen mit Heidelbeeren und Potasche als F-B-Mittel verwendet. Alland-Indecke Hier war Alland ein beliebtes Gewitz-Indecke. Im alten Rum wurde er sogar fr-unentbehrlich gehalten. Vor allem Speisen wurden gerne mit Alland-Wurzeln gewitzt. Kandit waren Alland-Wurzeln eine beliebte Leckerei. Heutzutage findet man den Alland bestenfalls noch hin und wieder als Lick-Absatzzeichen-R. Solch einen Lick-Absatzzeichen-R kann man auch selbst herstellen. Das geht ganz nicht wie die Herstellung einer Tinktur, jedoch gibt man auch braunen Zucker in den Tinkturansatz, etwa genauso viel wie K-Auter. Das in den Alland-Wurzeln reichlich enthaltene Inulin wird industriell extrahiert und in diabetiker Nahrungsmitteln verarbeitet. Da spezielle Diabetes-Nahrungsmittel im GK-Gang begriffen sind, wird auch die Verwendung des Inulin-CFR diesen Zweck seltener. Wirkung Alland Die Wirkstoffkombination des Allands wirkt in mehrfacher Hinsicht gegen Husten und andere Erkrankungen der unteren Atemwege. Vor allem durch die Dershne wirkt der Alland-Schleimel-Absatzzeichen-Sund und befreit die Atemwege. Das Abhusten des Schleims wird erleichtert. Hustenreizwirt geht im PFT und Verkrampfungen beim Husten werden gemildert. Außerdem wirkt der Alland entzündungshemmend und antibakteriell, was bei der Ausheilung des Hustens bzw. der Bronchitis hilft. Diese Wirkungen machen den Alland auch zu einem guten Wundheilmittel, denn auch hier braucht man entzündungshemmende und antiseptische Wirkung. Ferner hat der Alland ausgelbte Wirkungen auf die Verdauung und den Stoffwechsel, sodass er sich auch gut als Heilpflanze eif er die verschiedenen Arten von Verdauungserkrankungen eignet. Nebenwirkungen Alland Bei der Einnahme von Grönmengen-Alland kann es zu Nebenwirkungen kommen, wie Erbrechen, Durchfall, K-Ämpfe, Erlmungen Die Schleimhute K-Absatzzeichen und beierliche Anwendung eventuell durch die im Alland enthaltenen Sesquideppen-Laktone gereizt werden. Auch Allergien treten relativ hau-frig auf, sowohl bei innerlicher als auch bei irlicher Anwendung. Anwendungsgebiete Alland Alland-Wurzeln K-Absatzzeichen in innerlich und irlich angewendet werden. Frische Alland-Bilder werden vorwiegend irlich verwendet. Innerlich Alland kann man innerlich, als Tee oder Tinktur vor allem gegen Husten und andere Erkrankungen der Atemwege einsetzen. Er hilft gegen das ganze Spektrum der Erkrankungen, die mit Husten einhergehen, also sowohl gegen den normalen Erkältungshusten, als auch gegen die Bronchitis, sowohl akut als auch chronisch. Auch gegen Keuchhusten, Lungenentzendung und Stubekulose wurde der Alland traditionell eingesetzt. Heutzutage sollte man den Alland bei diesen gefühligen Erkrankungen h-Absatzzeichen-Gstens begleitend zur schulmedizinischen Behandlung anwenden. Außerdem hilft Alland gegen verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, beispielsweise bei Magenbeschwerden, BL-Hangen oder Gallenschke. Dieser Anwendungsbereich galt im Altertum als Hauptanwendung erfährt in Alland. Heutzutage treten Verdauungsbeschwerden gegenüber der Hustenanwendung jedoch deutlich in den Hintergrund. Irrlich Irrlich kann man Allands Tee oder fertende Tinktur in Form von Umschlugen, Bädern oder Waschungen anwenden. Mit dieser Art der Anwendung kann man die verschiedensten Hautentzendungen lindern, beispielsweise Eczeme, Geschwur oder schlecht heilende Wunden. Magische Anwendung Alland Der Alland wurde sowohl von Hexen als auch von der Normal-Büff-Absatzzeichen-Gerung als Mittel angewendet, um Dämonen abzuwehren. Im christlichen Kontext war Alland ein Bestandteil des Weihbuschs, der am 15. August zu Maria Himmelfahrt gebunden und geweiht wurde. Dieser Weihbusch sollte, im Stall auf Goengete, das sie schützen, und im Haus die Familie vor Schaden bewahren. Auch als Eorchermittel wurde der Alland gerne benutzt, um vor Dämonen zu schützen, beispielsweise in der Steiermark. Als Amulett getragen, sollte die Allandwurzel der Vorstzen, verhext zu werden. Geschichtliches Alland Der Alland wurde schon in der Antike als Heilpflanze und Gütz verwendet. Schon auf Papyrus-Aufzeichnungen am alten Güpten findet der Alland-Ernung Der Pflanzenname Hellenium erinnert an zwei antike Legenden. Die SCH-Absatzzeichen-Nähe-Helena soll ihre Hane mit Alland-Pilten gefüllt haben, bevor sie von Paris nach Troja entführt wurde. Eine andere Legende erzahlt die davon, dass die Alland-Pflanze dort wuchs, wo Hellenas Tierinnen auf den Boden fielen. Der Name Hellenium bezieht sich aber vielleicht auch auf die minoische Pflanzeng-Absatzzeichen-Tin-Helene. Die antiken heilkundigen Diosgurides und Daufrast empfehlen den Alland gegen Husten, Magenschli und Baka-Ämpfen, also ganslichen Einsatzgebieten wie auch heutzutage. Als Gütz wurde der Alland damals bevorzugt ins Speisen verwendet. Auch im Mittelalter war der Alland eine beliebte Heilpflanze und wurde nicht nur bei Husten, sondern auch gegen alle Arten von anderen Erkrankungen quasi als Allheilmittel verwendet, unter anderem gegen Seuchen wie die Pest. Dazu benutzte man den Alland als Wein. Sowohl der englische Arzt Nicholas Culpepper, 17. Jahrhundert, als auch Karl von Lin Copyright berichten von dieser ausgelbten Anwendung des Allands. Auch ehrlich wurde der Alland schon damals gegen verschiedene Hautkrankheiten eingesetzt, beispielsweise als Seibel. In manchen Gegenden wurden Alland-Bilder auch geraucht, um gegen Husten zu helfen. In China wurde der Alland unter dem Namen HSN-Fuhua gegen Stauungen aller Art und gegen Verschleimung eingesetzt. Irrlich wurde der Alland in China als Salbe gegen Knochenhäuser und Muskelrisse verwendet. Pflanzenbeschreibung Alland Alland ist ursprünglich in Zentral- und Kleinasien heimisch. Daher war er auch schon in der Antike bekannt. Auch in Spanien ist der Alland schon lange heimisch. Inzwischen wird er auch in Deutschland, stehreich, in den Niederlanden und auf dem Balkan angebaut. Er WCHST bevorzugt auf halbschattigen Standorten mit ausreichender Feuchtigkeit. Die mehrige Pflanze wird zwischen 50 cm und 2 m hoch. Die lange Wurzel ist teilweise knollig verdickt und WCHST vor allem im ersten Vegetationsjahr heran. Sie ist auenbraun und innenweilig. Der Geruch der Wurzel ist aromatisch, der Geschmack auertem bitter. In getrocknetem Zustand erinnert der Geruch an Feilchen. Zuerst WCHST eine Blattrosette heran, mit teilweise gigantischen B-Eltern, die bis zu 50 cm lang werden. Die B-Elter haben auf der Oberseite kurze Haare und auf der Unterseite einen gehörlichen Fels. Es betet er, oft erst im zweiten Jahr, WCHST der Stängel, an dem die langen B-Elter wechselsten dich entspringen. Diese B-Elter sind endlich und vorne spitz, am Stängelherz-Absatzzeichen mich eingekirbt. Ihr Rand ist leicht geht's hnt. Aus den Blattachseln wachsen die Bluttenstängel, die ein bis mehrere gelbe Korbelten tragen. Je mehr Platz die einzelne Pflanze hat, desto breiter ist sie verzweigt und desto mehr Blutten TRGT sie. Die Bluttezeit ist Juni bis September. Einzelne Blutten werden bis zu 7 cm groß. Sowohl die K-Absatzzeichen-Hüppchen im Innern als auch die ihren Zungenbluten sind warmgelb in Richtung Orange. Anbautipps Erland Erland eignet sich sehr gut, um im Garten angebaut zu werden. Er ist dort nicht nur eine wertvolle Heilpflanze, sondern auch eine prachtvolle Solidpflanze, die in ihrem Blutte ja alle Blicke auf sich lenkt. Am liebsten mag der Erland sandigen, tiefandigen Boden, der nicht zu stark kippt sein sollte. Sonnige Standorte werden vom Erland bevorzugt, aber auch Halbschatten wird akzeptiert. Man kann den Erland aus Samen anziehen oder fertige Pflanzen im Spezialhandel beziehen. Damit der Erland gut gedeiht, braucht er immer eine ausreichende Wasserversorgung. In trockenen Zeiten muss er also regelmäßig gegossen werden. Sammeltipps Erland Fr-Die Ernte eignen sich am besten die Wurzelst-Absatzzeichen-Gedder 2-3-J-Hirgenpflanzen. Sie werden bevorzugt MSP-Terps zwischen November und Mitte Dezember ausgegaben, weil dann der Wirkstoffgehalt am H-Absatzzeichen-Gedden ist. Wenn man einen Teil der Wurzel im Boden L-S-S-T-K-Absatzzeichen in wieder neue Pflanzen daraus wachsen. Zum Trocknen werden die Wurzeln abgepastet, zckig gewaschen und der Erne nach aufgeschnitten. Dann erstellt man sie auf einen Faden und H-N-G-T sie an einem warmen aber schattigen Ort zum Trocknen auf.